Die Klausenlinie war eine Grenzlinie zwischen Deutschland und Dänemark, die 1891 vom dänischen Historiker Hans-Victor Klausen vorgeschlagen wurde. Für die Volksabstimmung 1920 bildete sie die Grenze zwischen der 1. und 2. Abstimmungszone und somit die kommende Staatsgrenze. Wie sie heute noch ist als Revision der Klausenlinie wurde von deutscher Seite die Tietje-Linie vorgeschlagen. Diese sollte nördlicher verlaufen, dabei das deutschgesinnte Gebiet um Tonnern herum sowie kleinere Bereiche nördlich der Flensburger Förde einbeziehen und so beiderseits der Grenze zahlenmäßig gleich große Minderheiten entstehen lassen. Mit seinem Grenzvorschlag wollte Klausen angeblich Rücksicht auf historische und wirtschaftliche, vor allem jedoch auf sprachliche Verhältnisse nehmen. Dabei teilte er aber die historischen Landkreise Tonnern und Flensburg und beraubte beide Wirtschaftszentren ihres jeweiligen Hinterlandes. Vor allem stimmte die Trennlinie weder sprachlich noch hinsichtlich der Gesinnung, wie die Ergebnisse der beiden Abstimmungen anschließend zeigten. Mit den Gegebenheiten überein. In einem ursprünglichen Vorschlag hatte Klausen den Landkreis Tonnern noch als deutschgesinnt eingeschätzt. In seinem Buch Volkesprogeti Sonderjüland beschrieb Klausen, wie er die sprachlichen Verhältnisse beurteilt hat. Seiner Einschätzung legte er die Spracherhebungen des Flensburger Regierungsrates J.G.C. Adler zugrunde interpretierte diese jedoch rechteinseitig, indem er die zahlreichen mehrsprachigen Haushalte im mittleren Schleswig, also Familien, in denen neben Deutsch und Niederdeutsch auch Sonderjüsk gesprochen wurde, als zänischsprachiges Gebiet deklarierte. Dieses Gebiet war in Teilen deckungsgleich mit dem nach den Abstimmungen von 1920 anhand der tatsächlichen Ergebnisse vom deutschen Historiker Johannes Tietje zur Korrektur vorgeschlagenen Streifen. Der sogenannten Tietje-Linie, dass die Klausen-Linie ca. 7 km nordwestlich Flensburgs endete, wurde von vielen Nationalgesinnten Dänen als Verzicht gewertet. Was im Licht des deutlichen Ausgangs der Wahl in der Stadt jedoch anschließend nicht mehr so zu interpretieren war. Die Motivation könnte viel mehr sein, nicht wegen des Ergebnisses der bevölkerungsreichen Stadt Flensburg einen ungewissen Ausgang für die gesamte Zone 1 zu riskieren. Auch wenn die Stadt zu dieser Zeit noch eine bedeutende dänisch-gesinnte Minderheit hatte. Wie das Ergebnis der ersten Volksabstimmung zeigte, gab es im Gebiet direkt nördlich der Klausen-Linie eine teilweise deutliche deutsche Mehrheit. Da aber en bloc gewählt wurde, also das Gesamtergebnis der ersten Abstimmungszone entscheidend war, kamen auch diese Landstriche an Dänemark und es entstand nördlich der Grenze eine etwa doppelt so große deutsche Minderheit wie die dänische. Minderheit südlich der Grenze Aufgrund der politischen Lage direkt nach dem Ersten Weltkrieg kam es jedoch weder zur Wahl der Teitel-Linie, die ähnlich große Minderheiten beiderseits der Grenze geschaffen hätte, noch zu einem Kompromiss, der nur die Bereiche des Landkreises Tonnen einbezogen hätte, sondern blieb bei der für Deutschland ungünstigen Grenzziehung. Wasser Untertitelung des ZDF, 2020